Diese Woche steht unter dem Motto Beziehungen im Spannungsfeld von Beruf und Familie. Die Mitmenschen sind wichtiger als persönliche Ziele. Du bist besonders gefordert und befähigt die Pflichten von Beruf und Familie mit den genießerischen Aspekten des Lebens unter einen Hut zu bringen. In deiner Partnerschaft schwingt eine träumerische, zauberhafte Note mit, die dich auf Wolken schweben lässt, dir jedoch gleichzeitig die klare Wahrnehmung für das Gegenüber erschwert. Romantische Gefühle ermöglichen wunderschöne Erlebnisse, bereiten jedoch auch einen fruchtbaren Boden für Illusionen und Täuschungen. Hast du Lust, über deine verrückten Ideen zu sprechen? Dann solltest du es tun. Auch wenn du damit einiges Kopfschütteln provozierst, kein Eifall ist zu absurd, um nicht mindestens in den Gedanken durchgespielt zu werden. Höre auf deine innere Stimme. Stress und Nervosität sind mögliche Folgen einer unterdrückten Vorstellungskraft. Das war's dann auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.